was geht leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute für euch im test die aktuellen kubischen kanonenschläge von veco naja was heißt die aktuellen die habe ich 2015 2016 gekauft da gab es die ja noch in der dreierpackung jetzt sind das mittlerweile schon immer sechs in einer packung ich mache die mal kurz auf und ja guck mal hier geht schon die lonte raus was für eine verarbeitung ich packe jetzt auf jeden fall erst mal richtig aus und dann geht es weiter so wir haben jetzt alle drei ausgepackt wir haben hier beim kubi eine nem von circa 4,5 gramm und wir fangen jetzt einfach mal an mit dem wo die lonte schon raus ging aber trotzdem richtig stark hatte auf jeden fall druck direkt den zweiten richtig schön dumpf geiler qualm und jetzt den letzten noch mal den werfe ich mal ein bisschen das war auf jeden fall eine richtig geile packung hatten alle richtig druck auf jeden fall